Die größte Wassersportmesse der Welt macht zum 47. Mal ihren Auftakt in Düsseldorf. 1.800 Aussteller aus über 60 Ländern begrüßen uns mit der Vielfalt des Wassersports. Und von der Tauchausrüstung bis hin zur Luxusjacht. Hier ist für jeden etwas dabei. Und somit herzlich willkommen auf der BOOT 2016. Ein ganz besonderes Highlight hier auf der Messe ist die Princess 30M. Sie ist die größte Luxusjacht hier auf der Messe. Und sie feiert ihre Weltpremiere hier. 1.800 Boote und Yachten gibt es auf der Messe zu bestaunen. Und es ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. In Halle 3 gibt es 350 Aussteller für Tauchsport. Somit ist die BOOT Düsseldorf auch Europas größte Messe für Sporthaucher. Und für die kalte Jahreszeit gibt es auch die beheizbare Tauchweste. 360 Grad Wassersport erleben. Segeln, Paddeln, Tauchen oder Wakeboarden. Die 20 Themenwelten stehen ganz unter dem Motto und mitmachen und ausprobieren. Und hier können sie einen ganzen Urlaubstag mit der Familie verbringen. Die 20 Themenwelten stehen ganz unter dem Motto und mitmachen. Auf der BOOT Düsseldorf gibt es die schönsten Destinationen für ihren Urlaub. Auf, unter oder am Wasser. Und am Ende des Tages können sie auch ihren nächsten Urlaub hier buchen. Das sind die Highlights der BOOT 2016. Natürlich gibt es noch einiges mehr zu sehen und zu erleben. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Boot Düsseldorf. 360 Grad Wassersport erleben.